Endlich habe ich Sonic the Hedgehog und alle anderen Tiere auf Mobius in Roboter verwandelt! HAHAHAHA! Heil dir, Robotnik! Da nach all den Jahren meine Pläne endlich erfolgreich sind, kann ich endlich... Ähm... Ich kann endlich... Moment! Ich verwandle die Tiere erst in Roboter und dann... und dann... Scheiße. Warte, jemand so fokussiert auf etwas, das ihr vergessen habt, warum ihr das macht? Heil dir, Robotnik! Okay. Das wird mir langsam ungemütlich. Ich hätte euch wenigstens paar mehr Sätze einprogrammieren können. Heil dir, Robotnik! Ja, ja, ist ja gut! Vielen Dank, ich hab's verstanden! Wollte ich ursprünglich wirklich nur einen Planeten voller Roboter regieren? Das ist nicht gerade erfüllend. Warte! Waren die Tiere vielleicht die Bösen und ich bin der Gute? Mal sehen, verrückter Wissenschaftler! Schnurrbart! Nein, nein, ich bin definitiv der Böse! Wollte ich den Robotern eventuell niedliche Kostüme anziehen? Was ist das? Das klingt verstörend! Mann, bin ich ein kranker Wichser! Heil dir! Jetzt haltet doch mal die Fresse! Mal im PDA nachschauen! Okay, alle Tiere in Roboter verwandeln! Oh, ich brauch noch Brot! Ganz wichtig! Tja, aber nirgends steht da Grund! Wisst ihr, ich kann mich an keine Sekunde meines Lebens erinnern, in der ich mal nicht versucht habe, euch in Roboter zu verwandeln! Hatte ich überhaupt jemals einen Grund und wenn ja, was war er? Ja! Das erste Mal in meinem Leben! Weiß ich nicht! Warte! Jetzt weiß ich es wieder! Ja! 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 Das ist doch was von erfüllend! Ja! 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 Ja!